Im Wettlauf um den lukrativen Gewürzhandel gelang es dem Italiener Christoph Kolumbus im Auftrag der spanischen Krone die wohl bedeutendste Seefahrt der modernen Geschichte. Welche Folgen die schicksalhafte Atlantiküberquerung im Jahr 1492 für die Welt hatte, klären wir in diesem Video. Viel Spaß! Zu Beginn des 15. Jahrhunderts blühte der interkontinentale Handel von Waren zwischen Europa und Asien. Besonders exotische Produkte wie Seide, Gewürze und Gold waren höchst lukrativ und wurden von Indien über Konstantinopel, dem Zentrum des Byzantischen Reiches, in die europäischen Staaten transportiert. Jedoch fiel die wohlhabende Handelsmetropole Konstantinopel 1453 unter osmanische Herrschaft und die von den Osmanen erhobenen Zölle machten den Handel über den Landweg immer unattraktiver. Die führenden europäischen Mächte Portugal, Spanien und Großbritannien strebten nach der Entdeckung eines Seeweges und lieferten sich ein enges Wettrennen. Hochseeschiffe wurden gebaut und die astronautische Navigation erlebte rasante Fortschritte. Die Portugiesen entschieden sich für die Ostroute nach Indien und mit dem Umfahren des Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas im Jahr 1488 durch Bartholomeo Dias übernahmen sie die Führungsrolle. Eine Alternative für einen Seeweg nach Indien war die Route gen Westen, da aus altgriechischer Literatur bereits bekannt war, dass die Erde eine Kugel ist. Ein Vorreiter dieser Idee war der italienische Kartograf Toscanelli, welcher diese Möglichkeit sogar erfolglos dem portugiesischen König vorschlug. Jedoch wurde Christoph Kolumbus von der Idee, eine westliche Route nach Indien zu finden, eingenommen. Nachdem er bereits 1484 mit der Bitte nach Ausstattung für eine Entdeckungsfahrt am portugiesischen Königshof abgeblitzt war, wandte Kolumbus sich an Spanien. Da die Spanier auf der iberischen Halbinsel bis 1492 kriegerisch mit der Ausdehnung des christlichen Machtbereiches beschäftigt waren, erhielt Kolumbus erst in jenem Jahr die Zusage für seine Entdeckungsfahrt. Königin Isabella und König Ferdinand von Aragon stellten dem Italiener finanzielle Mittel und drei Schiffe zur Verfügung, sodass er mit seiner Mannschaft am 3. August 1492 gen Westen stechen konnte. Die Überfahrt war aufgrund der fehlenden Erfahrungen in der Hochseeschifffahrt gefährlich. Mehrmals glaubte die Crew auf ihrer Reise fälschlicherweise bereits Land zu sehen. Zunehmend wurde das Proviant knapp und erst, als die Stimmung der Seefahrer endgültig zu kippen drohte und eine Meuterei unausweichlich schien, süchteten die Entdecker am 12. Oktober 1492 Land. Kolumbus und seine Besatzungsmitglieder des Schiffes Santa Maria waren auf der nordamerikanischen Insel Guanahani gelandet. Christoph Kolumbus beanspruchte sie für Spanien und gab ihr den Namen San Salvador, heiliger Erlöser. Dabei war Kolumbus keinesfalls der erste Entdecker, der seinen Fuß auf nordamerikanisches Territorium setzte. Denn die Wikinger hatten bereits 500 Jahre zuvor unter Leif Eriksson den Kontinent durch einen Beutezug nach Neufundland entdeckt. Sie kehrten allerdings rasch wieder nach Europa zurück. Auch chinesische Seefahrer wie Sheng He um 1413 sollten bereits vor Kolumbus auf die Landmasse gestoßen sein. Besiedelt wurde der nordamerikanische Kontinent von den indigenen Völkern, deren Vorfahren einst über die Beringstraße von Asien nach Amerika wanderten. Als Kolumbus' Mannschaft in Nordamerika anlandete, glaubten alle felsenfest indischen Boden betreten zu haben. Bei der ersten Begegnung mit den Ureinwohnern der Insel nannte Kolumbus sie daher aufgrund seines Irrtums kurzerhand Indianer. Die ersten Treffen verliefen friedlich und die Spanier schenkten den Einwohnern Glasperlen und bunte Mützen, während sie von den Indigenen gezähmte Papageien, Gold- und Baumwollfäden erhielten. Schon bald standen aber für die Spanier die Beanspruchung von Gebieten sowie die Ausbeutung von Ressourcen im Vordergrund. Den Ureinwohnern wurden ausbeuterische Forderungen gestellt, sie wurden hintergangen, vertrieben, versklavt und getötet. Die europäische Invasion Amerikas begann bereits unter Kolumbus und verstärkte sich nach seinen Reisen. Im Januar 1493 segelte Kolumbus mit einem Teil seiner Besatzung zurück nach Spanien. Der andere Teil blieb auf der Isla Española, wo mit der Siedlung La Navidad die erste Kolonie entstand. Christoph Kolumbus erreichte Spanien im März 1493 und wurde dort für seine Entdeckung zelebriert und reich belohnt. Mit an Bord hatte er unter anderem Chili, Kartoffeln, Mais, Tomaten, tropische Früchte sowie Truthühner und Tabak. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Europa und schon bald machten sich zahlreiche Seefahrer auf den Weg, um in groß angelegten Eroberungen den amerikanischen Kontinent einzunehmen. Der Eroberer segelte bis ins Jahr 1504 noch dreimal nach Mittel- und Südamerika. Bis zu seinem Tod 1506 war er felsenfest davon überzeugt, den Seeweg nach Indien entdeckt zu haben. Obwohl Vasco da Gama 1498 durch die Umsegelung des Kap der Guten Hoffnung den tatsächlichen Seeweg nach Indien gefunden hatte. Nochmal das Wichtigste in Kürze. Nachdem ein Handel auf dem Landweg mit Indien immer unattraktiver wurde, lieferten sich Portugal und Spanien ein Wettrennen mit der Suche eines Seewegs nach Indien. Dabei heuerte der Italiener Kolumbus am spanischen Königshaus an und traf mit seiner Entdeckungsfahrt Richtung Westen auf den nordamerikanischen Kontinent. Zwar hatten bereits vor Kolumbus andere Völker den amerikanischen Kontinent entdeckt, jedoch ist er der einflussreichste Entdecker gewesen, denn er leitete die spanische Eroberung Nordamerikas ein, die im 16. Jahrhundert durch zahlreiche groß angelegte Eroberungsfahrten auf Kosten der Ureinwohner vorangetrieben wurde. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen.